Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. I wanna be the very best, like no one ever was. Hören Sie den Beschuss nicht? To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across from them, searching far and wide. Die Schussern sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohren haben. It's you and me. I know it's my destiny. Oh, you're my best friend. In a world, you must be friend. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis Stadtkampf. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe vom Führer sofort aufhängen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vom Stadtkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.